hier kommt zwei kisten dann kommt hier der ofen hin dann muss ich hier nochmal mich nach unten graben da kommt der dropper hin okay das war falsch so kommt der dropper hin dann kommt so der dropper hin da kann ich noch dran und hier kommt ein dropper hin und so und so dann kann ich hier das ganze rausholen ganze kohle ich lass das ich lass die wand einfach mal vorerst aber das tue ich dann noch alles weg hol mir hier noch die kohle raus das erz hole ich mir raus sonst ist kein erz mehr hier drin dann hole ich mir hier noch ein bisschen cobblestone raus jetzt habe ich mir auch clean stone dann kommt hier die kohle rein genau die wird rausgenommen und hier kommt das da rein äh hallo wo geht das denn warum wird das jetzt nicht rausgepumpt werden erst die 64 ha hallo warum geht das jetzt nicht okay dann muss ich das wohl anders machen ähm wie könnte ich sonst noch machen wo ist denn der dropper da ist der dropper dann versuche ich es mal so und so so funktioniert jetzt natürlich super geil und geht das jetzt nicht warte mal nochmal und gegen das nicht so warte mal das könnte sein nochmal ich platziere jetzt hier die kiste und hier den dropper tu das hier rein wirds jetzt reingepumpt nein okay das funktioniert wohl immer noch nicht na dann muss ich das alles noch eins tiefer bauen alter leck mich doch nochmal nochmal alles weg und noch eins tiefer gehen das mache ich schnell mit der hand das geht sogar schneller und da kommt dann die gaming prozessin habe ich gerade neu eingeschrieben ja ich habe schon neu eingeschrieben oder ja denk schon ich weiß gerade nicht was ich noch erzählen soll und darum sage ich jetzt einfach mal ein bisschen was ich machen will also wie gesagt ich will mir ein haus im mittelalter stil bauen und und ähm genau hier baue ich mir jetzt gerade eine automatische Dingsmaschine hoffentlich geht das geht das jetzt ja das geht aber erst muss ich alles anschließen jetzt brauche ich mir erstmal eine automatische Brennmaschine hier bitte das geht jetzt ja geht doch dann kann ich jetzt auch den ganzen Cobblestone da rein und dann brennt das jetzt schön und vorsichtshalber packe ich jetzt noch Holz rein das ist ja mir noch ein bisschen Holzpulle macht der packt immer schön nach gut perfekt ähm dann ziehe ich hier noch schnell die ne Decke rein damit das ein bisschen sicherer ist obwohl das mache ich wieder weg weil dann mache ich mir noch schnell Treppen und höre dann danach auch auf und ich weiß nicht warum es meine Eltern immer schaffen in der Aufnahme die Tür aufzumachen das hört man doch das hört man doch äh warte mal ne ich mach gleich ich machs gleich schön ok da brauche ich wohl ein bisschen mehr reichen reichen die probier's jetzt einfach mal ne das reicht nicht zack 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 jetzt kann ich wieder jetzt kann ich wieder wieder zu machen hm wer wird ok ah Gott der hat gern Bett dann mache ich ihm doch schnell eins bloß weil ich nett bin so dann hat er schon mal ne Grundausstattung so wo ist er denn wo ist er denn wo ist ein Deathborn ähm ähm ich kann grad nicht schreiben aber der muss doch da irgendwo sein am Spawn ok du bist am Spawn ich komm zu dir ich hoffe ich hab mir den Spawn richtig gemerkt ne der ist der ist schon da hinten oder hey wo ist der Spawn ne der ist total falsch komm auf komm auf ah da so dann hat der ah Gott ich trelle noch schnell hin oh das ist einfach geil 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 komm los stirb doch what the fuck nein du tötest mich nicht yo läuft bei euch ah nein zwei Creeper kommt zum kommt hier kommt hier zu mir los schön und jetzt renne ich weg ah scheiße ich kann nicht mehr rennen ich ich yo 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 ah Hilfe wunderschön es ist nicht meine Schuld das waren alles die Zombies ich wollte noch irgendwas machen hat erstmal gehst du weg jetzt da rein ah ja ich weiß was ich machen wollte und dann mache ich mir hier noch ein paar knöpfe einmal einen knopf und einmal eine druckplatte und dann kommt hier die eisentüren da kommt der knopf hin und dann zack kommt hier das hin dann schaue ich mal schnell was die machen wo sind die wo sind die wo sind die wo sind die lol läuft bei dem skelett ich will dich töten ich will dich töten dankeschön aber du tötest dich nicht wo sind die wo seid ihr so wo ist denn der game übrigens prinzessin wo bist du wo ist denn die prinzessin hallo prinzessin prinzessin wo bist du lol thanks so läuft bei dem ja und da und so gut spaß damit alter was ist denn hier los jetzt habe ich noch zwei dias und damit kann ich mir jetzt alles machen was ich will dankeschön wo habe ich die dias hin wo habe ich die dias hin wo habe ich die dias hin nein ich schaue dich jetzt nicht an endermal so scheiße wo ist mein eingang da ist mein eingang ich will nicht sterben nein ach alter fuck it ich glaube ich muss mein bett weiter runter bauen mach mal schnell so 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 scheiße jetzt habe ich natürlich das holz weggegeben aber ich habe noch genug warte mal fällt ich habe noch genug was wollte ich mir gerade noch entschuldigen so also spitzhacke schnell dass ich nicht immer das problem mit dem schlafen gehen habe mache ich jetzt einfach so eine kleine kammer zum schlafen und dann kommen hier noch kommt hier noch eine fackel hin ach ach so jetzt habe ich sie aufgenommen ich hoffe ich dachte schon mal internet ist wieder abgekackt ähm ähm so oh ist schon wieder tag ok egal ich baue das noch schnell fertig und dann wende ich die aufnahme hoffe ich doch mal hoffe ich doch mal so und sodala dann habe ich mein schlafkämmerchen jetzt da unten ähm ähm dann mache ich noch schnell das ich spiele ein bisschen old mcdonald old mcdonald und hole mir noch dann dürfte ich bald richtig viele kühe haben alter war das ein creeper los ränder weg dankeschön so gut alter das nennt man wohl einen vollen stall gut dann würde ich jetzt damit sagen verabschiede ich mich jetzt und ähm und ja tschüss und bis zum nächsten mal viel spaß noch mit dem auto peace and out euer pixel bis zum nächsten mal 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 Vielen Dank.